ALES KLAAAAAR So meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Gameplay. Wir spielen heute Rumble und zwar nicht alleine. Bei mir dabei ist der Lord Dre und der BMR Classic. Und zwar der André. Servus. Und der Marcel. Servus. So und wir spielen eine Runde Rumble. Oder mehrere Runden Rumble. Und ich schneide euch einfach die Highlights zusammen, während ich jetzt hier rumtanze. Weil die Musik geil ist. Ja. Anne. Klär dich mit dem Arsch. Ja also äh. Der ist doch mittig. Oh was sagst du? Ja. Ja boi. Was zu hell war das jetzt? Jetzt sag mir bitte, sag mir... Das ist keine Ahnung. Sag mir bitte nicht, dass das... Ey das ist nicht dein Ernst oder? Wir hüpfen beide daneben, weil wir uns gegenseitig blockieren. Ich bin hinten. Ja warte mal. Ach du hast mir ins Tor gekriegt. Ja. Ja okay. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Wir sind alle hinten. Wir bleiben alle hinten. Einfach stehen. Oh. Oh der gehört nach. Der gehört nach. Der gehört nach. Mal gucke wie sich das Ding entwickelt. Oh der könnte kommen. Ja boi. Ne dein Ernst alter. Aber das ist wirklich schlecht. Ey das ist wirklich schlecht. Schau mal was die machen. Guck mal du berührst ihn. Warte mal. Ja. Ne dein Ernst. Was ist denn los? Hab ihn berührt. Komm mit ich. Ah jedes mal hüpft da noch einer hin. Junge. Jetzt geht halt gar nichts mehr. Na dann nein. Spikies. Komm. Würfelst du alle weg mit meinem krassen Würfelsturm ey. Ja. Schönes Tor. Der ist drin. Der da ernst. Hauptsache er macht auch ein Aerial Tor. Was ist los mit dir alter. Alter. Was. Wir machen noch eins. Wir schießen die ab. Die gehen doch bestimmt gleich raus oder. Ja. Die gehen bestimmt gleich raus. Ja das ist schon rausgegangen. Ja. Aber das ist noch meiner oder. Was. Das war voll meiner. Er klaut ihn. Wie viele Tore hast du schon? Vier Stück Alter. Wo warst du da dran? Da sind wir gar nicht dran. Boah war das knapp ey. Ich hätte ihn gehabt. Ist doch egal. Es geht ja nur um den Spaß. Okay. Also. Folgende Challenge. Wenn wir ein Gegentor kassieren muss ein Spieler zurück ins Tor und im Tor bleiben. Wenn wir zwei Gegentore kassieren müssen zwei Spieler aus unserem Team ins Tor. Wenn wir drei müssen alle ins Tor. Also ich bin mal gespannt wie die Challenge läuft. Also wenn wir zum Beispiel jetzt ein Tor schießen und eins kriegen dann muss keiner raus. Also keiner ins Tor meine ich. Verstanden? Das ist eigentlich ganz geil. Oh der pömpelt ihn. Oh fuck. Ich bleib im Tor. Scheiße. Jetzt muss schon einer ins Tor. Darf ich den Arc einsetzen? Ne du darfst nicht aus dem Tor raus. Ja wenn der Ball aufs Tor kommt ja. Also außer wenn halt der Ball aufs Tor kommt ja. Aber dann musst du sofort wieder. Ich hab Pömpel. Komm 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 wir pömpeln ihn jetzt rein. Oh jetzt faustet er ihn weg. Oh nice. Boah what a catch for Marshall. Ja oh nein. Was war das für ein geiles Tor. Du hast Zelda wieder raus. Nice one. Alter was war das. Ganz ehrlich ne. Ganz Zeit. Die Gegner hat's. Hör auf. Nein. Ich geh den rein. Ich geh schon. Ich geh schon. Da bin ich ja richtig gut weißt du. Oh 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 oh. Der is drin? Oh oh. Ich darf schon wieder raus. Ich darf schon wieder raus. Ja. Ich hab ihn zerstört. Ich hab ihn zerstört. Ich hab ihn zerstört. Ich hab ihn zerstört. Komm der geht. Ja. Wie geil. Leg mich ja mal an die ich ihn zerstört habe. Ja, er schreibt an da, als ob sie das noch schaffen. Nein, als ob sie es noch schaffen und er sagt es noch. Alle hüpfen daneben. Nein. In der Overtype. Wo fang denn die Faust jetzt her? Ich weiß es auch nicht, keine Ahnung. Keine Ahnung.